hey leute willkommen wieder bei bettermeister und ja und heute geht es um dieses wunderschöne große tolle paket oh yeah ja das ist ein paket von ebay das ist übrigens sogar von dem gleichen typen wo ich auch das kingdom hearts 2 final mix plus spiel gekauft habe und da hatte übrigens auch jemand kommentiert dass er sehr interessant fand dass ich das habe weil er dann nämlich auch drauf geboten hatte und er schrieb dann noch ob ich wahrscheinlich auch das hier kaufen werde und ich meinte das ist ein bisschen teuer weiß ich nicht und jetzt habe ich es trotzdem gekauft ja also auch nie ein gruß an dich und ich würde sagen wir packen das ganze jetzt mal aus schauen uns mal an was da drin ist und ich freue mich tierisch darüber weil es ein weiteres stück für meine kingdom hearts sammlung ist machen wir es einmal hier auf und wenn ich darüber nachdenke ist es glaube ich mit fast so das teuerste an kingdom hearts generell was ich für irgendwas von kingdom hearts ausgegeben habe ich werde euch nicht verraten wie viel das ist natürlich ganz geil und da haben wir das ganze auch schon was natürlich so groß ist dass man da so ein riesen karton für verwenden muss nämlich kingdom hearts final mix ja das ist der erste teil in der sogenannten glaube ich platino limited edition oder so das ganze ist halt so ziemlich in silber gemacht und es ist halt so eine etwas dickere box sieht ziemlich cool aus vom design her muss ich sagen gefällt mir richtig gut auch von der seite her und hinten sieht man auch noch mal so das standardbild aus kingdom hearts welches man denn so kennt und dann auch noch so ein paar screenshots auch richtig cool mit japanischem text natürlich kann man vielleicht hier etwas sehen ja ich finde es richtig cool dass ich das jetzt habe weil ich habe nämlich vom ersten kingdom hearts teil noch keine final mix version gehabt und jetzt habe ich dann eine das ist übrigens so ein pappschuber der fast runtergefallen wäre ja da drin haben wir einmal das spiel an sich in der standardversion also keine platino version oder ähnliches finde ich richtig cool ja davon fehlt mir sogar noch eine platino version wenn die wirklich immer alle haben will mal sehen hinten sehen wir hier eigentlich so ziemlich fast das gleiche nur dass die Bilder diesmal an der Seite sind statt unten also nicht viel besonders wir werden das ganze mal aufmachen und haben hier eine anleitung und eine disk sieht dann so aus auch richtig richtig cool und ja bisschen dazu beim ersten king of hearts final mix teil ist glaube ich auch gar nicht so viel extra material drin also ich weiß gar nicht ob es irgendwelche extra szenen gibt also es gibt eine extra szene wenn du mit dem sefirot kampf gewonnen hast dann ist da so eine extra szene wo glaube ich cloud noch gegen sefirot kurz kämpft die war im standard teil noch nicht aber sonst ist glaube ich gar nicht so viel anders weiß ich nicht wenn ich mich da jetzt nicht so auskenne wenn ihr das wisst schreibt mir das gerne mal und das besondere an dieser edition ist ist halt das hier weil hier noch so ein bisschen bonus material mit drin ist und er hat mir auch geschrieben glaube ich dass das hier alles noch neu ist deswegen werde ich es wahrscheinlich auch nicht wirklich auspacken aber ich zeige es euch lesen mal damit ihr es mal gesehen habt so hier drin habe erstmal eine folie dann haben wir hier eine kleine king of hearts figur die so ein bisschen aussieht wie so eine rego figur sehr interessant mit Schlüsselschwert und die kann man dann so ein bisschen zusammenbauen und damit herumlaufen ja sieht dann so ja aus ich hoffe ihr könnt das so ein bisschen sehen ziemlich cool auch wenn da so ein ziemlich seltsam blick drauf hat so also weiß ich ja nicht aber okay dann haben wir hier noch buttons da steht einmal kingdom hearts einmal steht hier glaube ich sora wenn das so richtig für mich erkennbar ist und dann final nix auch ziemlich cool aber würde ich mir wahrscheinlich nie irgendwo ran machen weil mir damals schon mal ein paar buttons geklaut wurden als ich noch welche an meinem rungsack hatte ja seitdem mache ich mir auch nirgendwo mehr welche ran ja dann haben wir hier noch eine cd ich weiß gar nicht so genau was jetzt drauf ist wahrscheinlich ein paar lieder muss ich dann mal einlegen und mal reingucken und die scheint auch nicht eigenschweiz zu sein also da könnte man auch mal reinschauen ich glaube das ist gar keine nein das ist gar keine cd das sind nur bilder achso das ist glaube ich ein kalender genau von 2003 oder so weiß ich nicht da haben wir hier so diese ganzen bildchen hier die ganzen monate und auf der rückseite steht immer das ist postkarte sind ja also es ist halt ein kalender mit bildern und kann man halt auch als postkarte verwenden aber wer macht sowas schon ja ziemlich ziemlich cool also leider keine musik cd schade eigentlich ich weiß jetzt nicht wie ich das wieder einpacken soll also machen wir dann später und dann haben wir hier noch als letztes wenn ich es dann rauskriege äh sticker würde ich sagen von kingdom hearts auch nochmal mit dem titel mit ein paar logos mit den drei charakteren und nochmal so ein gilt mit donald und goofy und i've been having these weird thoughts lately ja ein paar aufkleber halt ja das war dann auch schon dieses kleine video zu king of hearts final mix ich finde es ziemlich cool das jetzt zu besitzen und ihr könnt mir gerne mal schreiben ob ihr es auch habt wahrscheinlich nicht viele unter euch ich finde es ziemlich cool und freue mich ganz doll ja das war es mit diesem video also würde ich sagen macht gut bis zum nächsten mal und das war wieder euer bändermeister ja